Vielen Dank Herr Müller für das nette Gespräch. Ich freue mich auch schon wieder auf unser nächstes Videogespräch und sage schon mal bis bald. Tschüss Herr Müller. Hallo, ich bin Online-Berater bei der Sparkasse Hagen-Herdecke. Wir beraten hier unsere Kunden digital per Video und per Telefon und wenn ihr auch Kundenberater seid und sowas machen möchtet, dann bewerbt euch doch gerne bei der Sparkasse Hagen-Herdecke. Wir suchen gerade Verstärkung und ich sage schon mal bis bald. Tschüss. Musik